UNTERTITELUNG Schon im letzten Jahr habe ich dauernd, obwohl ich gar nichts wusste, dass der Krebs so weit fortgeschritten war und in den Knochen gegangen war, habe ich dauernd gedacht, bei jeder Tätigkeit, das ist das letzte Mal, dass du das machst, du stirbst. Was ist aus? Deutschland. Deutschland, du hast große Geld. Du denkst so. Big money doesn't make happy. Ja, ja. 5 Tage Deli, 10 Jahre gealtert. Ich hab gestern prima da geschlafen, wo ich alleine war. Du musst eigentlich zum Arzt, weil du, wenn du so willst, ständig kränkelst, ständig krank bist, weil du nicht schlafen kannst. Weil du so extrem asozial lebst. Der blöde Arsch von Reinhard, der dauernd meint, einem sagen zu müssen, was man jetzt zu tun hat. Er selber kriegt nur das Scheiß und sonst gar nichts. Das hat er schon im Dschungelcamp gebracht. Das ist ja gigantisch hoch. Was ist das richtige Leben? Sterben lernen. Das ist doch alles eine fantastische Reise. Und dann kommt mir das Ganze aber auch wie so ein Traum vor. Jetzt träum ich nur. Da war es jeder, jeder. Steine, Medici. In Dschungelähmeln coz Judith nicht neu bewir permet